Moin moin und herzlich willkommen zurück hier beim Kübelgärtner. Schön, dass auch du wieder dabei bist. Heute geht es um diese Fabienblätter. Diese Verfärbung nennt man Panaschierung oder Variegated. Panaschierung kommt aus dem Französischen, heißt so viel wie Mischen und Variegated aus dem Lateinischen, heißt so viel wie Abwechslungsreich machen. Grund für panaschierte Blätter bei Tomatenpflanzen oder allgemeinen Pflanzen sind lokale Genmutationen, die in der Natur ständig auftreten, aufgrund der Evolution. Durch Weiterschüchtung der Genmutation bei Tomaten hat man diese weiter verfestigt. Diese Panaschierung, wie man sehen kann, dient einem Zweck und zwar locken die Insekten an oder vertreiben Feinde. Diese weißen Flecken entstehen durch fehlendes Chlorophyll, was wiederum für die Photosynthese verantwortlich ist. Allerdings versorgen diese grünen Blätter den Rest der Pflanze mit, worauf man aber denn achten sollte, dass die Pflanze nicht allzu viel Panaschierung aufweist, da die sonst eingehen könnte. Es kann durchaus vorkommen, dass die Früchte ebenfalls Panaschierung aufweisen. Die panaschierten Tomatensorten sind leider etwas in Vergessenheit geraten. Einige Sorten verlinke ich unten in der Infobox. Ja das war's denn für heute schon wieder von mir. Wünsche euch einen guten Start in die Woche. Bis dahin habt euch wohl, euer Kübelgärtner.